Hallo! 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 Ich wollte mal kurz was fragen. Ich habe einen Rahmen geholt von Nürn. Ich habe einen Gabel geholt. So ein 8 Zoll Steuersatz zusammenbauen. Ich glaube ein semi-integriertes. Das ist eingepreist. Und am Ende wackelt es. Da fehlt der Ring. Da fehlt dieser kleine... Ich wollte einfach nur fragen, ob ich den evtl. mitbringen konnte. Dritten Teil vom Steuersatz. Du hast vergessen einen zu bauen. Das ist oft der Fehler. Aber ich habe eigentlich alles daraus da war, was ich bekommen habe bei dem Steuersatz, bei diesem Lager, diesem Konus, dann dieses Kugellager, dieses Gummiring da oben. Vielleicht habe ich etwas falsch reingebaut. Da hast du falsch rum drin. Das kann sein. Spitze Seite nach unten. Ist ja ein keilförmiger Ring. Keilförmig ist der Ring. Du meinst das nur der Ring? Nur der Ring? Soll ich da wo die Kugel drin sitzen? Nein, nicht da wo die Kugel drin sitzt. Eben nicht. Bring mal mit, was du hast. Vielleicht hast du auch das Abfall. Das ist wirklich ein kleines Plastikteilchen. Ein Keil aus Plastik in Ringform. Und der muss rein. Ansonsten wackelt es tatsächlich. Du hast keine Chance festzubringen. Okay. Na gut. Dann weißt du Bescheid. Dann komme ich einfach mal hierher. Und zeige es mal. Nicht damit fahren. Weil ansonsten ist die Lager einfach gut. Ich wollte alles so weiter einbauen. Sozusagen. Aber ich war so weiterkommen. Ich habe das gesprayt mit diesem Spraybike. Und das sah schön aus. Jetzt war das schön aus. Okay. Dann würde ich schnell ein Netz zusammenbauen. Das war so. Ich wollte einfach mal selber machen. Das Ding blöd drin ist einfach nicht. Kannst du ja immer noch selber machen. Ich gucke mir das nur an und sage. Das fehlt oder das fehlt nicht. Oder wie. Das Problem ist. Das ist meist auch je nach Lager verschieden. Von der Steigung her oder so. Musst du mal schauen ob da jetzt ein anderer reinpasst. Wenn der nicht mehr da ist. Oder du hast ihn schlichtweg falsch um Ende gebaut. Ja. Hauptsache ich weiß irgendwie was mal das Problem ist sozusagen. Dass wir hier mal weiterkommen. Aber gut. Dann weißt du Bescheid. Du bringst es nächstes Mal einfach mal mit. Und dann schauen wir. Ja. Sind immer noch offen. Von neun bis neun außer Sonntags. Neun bis neun außer Sonntags. Zum Plastik. Das ist ja toll. Ja bitte. Bis dann. Tschau. Tja. Die Leute manchmal wackelt es halt. Was sollen wir machen. Da fehlt dann immer bei diesen Steuersätzen. Vergessen viele immer diese Plastikringe. Die Plastikkohle. Vielleicht ist es auch hier der Fall. Mal schauen.